Es war sehr interessant, es war etwas ganz Neues für mich. Am Morgen mit dem Uhrwerk zusammensetzen und am Nachmittag selber die Uhr komplett zusammenstellen. Es war sehr interessant, auch das ganze Handwerk so mal zu sehen. Schrauben kenne ich, aber so feine Schrauben können überhaupt einzudrehen oder die Teile, die wirklich so fein sind, das mal live zu erleben. Das war sehr eindrücklich und interessant. Ich habe jetzt das Datum geschlagen, ob ich das Teil auf diese Seite nübeln will und eine Sicherheitsstift an diese kleine Rolle gehen. Ich habe sicher, dass morgen die ganze Theorie, wie die Uhr funktioniert, das Uhrwerk, ich denke auch nur grob, nicht ins Detail, sonst würde niemand mehr das verstehen. Dann haben wir noch geschaut, wie ich gesehen habe, dann schaffst du die Uhr, dann muss ich die ganze Zeit gleich und dann ist anders gewesen. Und dann ist es schwierig, die Eigentur zusammenzustellen, so viele unterschiedliche Sachen muss man entscheiden und die ja vorweg zusammensetzen und die Uhr eigentlich zu wachsen sehen. Sehr interessant, ja. Bisschen, 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 Bisschen Hopps. Wie man das mal versteht, kann die E-Bertheskollung aufkommen. Hallo, ich bin doch. Und dann ist es irgendwie... Musik Musik